Du bist zwischen 18 und 27 Jahre alt, dann bieten wir dir mit VR MyTrade die Möglichkeit, kostengünstig und einfach in den Wertpapierhandel einzusteigen und selbstständig deine ersten Erfahrungen im Aktiengeschäft zu machen. Der Einstieg ist in dem Fall für dich sehr, sehr leicht gestaltet. Wenn du bereits unser Online-Banking nutzt, kannst du in einfachen Schritten direkt dein Depot eröffnen und gleich loslegen. Mit dem Online-Depot VR MyTrade zahlst du nur 2 Euro pro Trade und kannst dir so spielend leicht dein individuelles Portfolio zusammenstellen. Das Besondere für dich an VR MyTrade ist, es ist schnell, bequem und kostengünstig eröffnet und du musst dir keine weiteren Passwörter merken, weil du einen Online-Banking-Zugang hast und dadurch überall reinkommst. Und falls es Rückfragen gibt, kannst du dich weiterhin an den persönlichen Ansprechpartner wenden und natürlich an unser Kundendialog-Center. SWISS TXT Bis zum nächsten Mal.